Hey Freunde, Eddie hier von FilmBuzzer. Amy Winehouse zählt zu den prägendsten Figuren des zeitgenössischen Pop. Ihr zweites gefeiertes Album Back to Black aus 2006 machte sie weltberühmt und brachte ihr fünf Grammy-Auszeichnungen ein. Mit über 30 Millionen verkauften Tonträgern und monatlich über 80 Millionen Streams ihrer Songs, auch mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem Ableben, bleibt ihr musikalisches Erbe lebendig. Mit Back to Black wird nun Amy Winehouse viel zu kurzes, aber intensives Leben erstmals filmisch porträtiert. Der Film kommt am 18. April 2024 ins Kino. Unter der Regie der britischen Filmemacherin Sam Taylor-Johnson, bekannt für Werke wie Nowhere Boy und Fifty Shades of Grey, wird das Leben der einzigartigen Künstlerin mit Respekt und Direktheit auf die Leinwand gebracht. Marisa Abella, bekannt aus Industry und dem Spiel Five Dates, verkörpert Amy Winehouse nicht nur, sondern verleiht dem Film auch durch ihre eigene Gesangsstimme Authentizität. In weiteren Rollen glänzen Jack O'Connell als Blakefielder Civil, der eine bedeutende, doch tragische Rolle in Amys Leben spielte. Eddie Marson als Amys Vater Mitch und Leslie Manville als Großmutter Cynthia. Das Skript stammt aus der Feder von Matt Greenhawk, bekannt für Control und produziert wurde der Film von Monumental Pictures, bekannt für ein ganzes halbes Jahr. Back to Black entstand in enger Zusammenarbeit mit der Familie Winehouse und der Universal Music Group. Worum geht's in dem Film? Das London der frühen 2000er Jahre bildet den Hintergrund für das Leben der begabten Sängerin und Songwriterin Amy Winehouse, gespielt von Marisa Abella. In den Clubs von Kempten findet sie ihre Bühne und mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrem charismatischen Auftreten zieht sie das Publikum in ihren Bann. Ihre Musik und ihr Talent werden schnell von Fans und Talententdeckern wahrgenommen, woraufhin ihr Stern schnell aufgeht. Doch der Weg zum Ruhm ist nicht ohne seine Schattenseiten. Markiere den 18. April 2024 in deinem Kalender und erlebe die unvergessliche Reise von Amy Winehouse in Back to Black. Ab diesem Datum in deinem Kino. Verpasse nicht die Chance, Teil ihrer Geschichte zu sein. Wir sehen uns im Kino.